Die Kunde-Zeiten können uns was danach per Image schicken. Ja toll, da sind ja ganz viele Leute drauf. Ihr müsst was dahinter eigentlich machen. Ja, ihr müsst irgendwas machen. Ach so. Ach, da bin ich ja. Öh. Ja, ihr beide seid die Hauptabführer. Ja, jetzt mach mal was. Ja, jetzt mach mal was. Ja, aber wenn wir nicht wissen, was wir jetzt machen können. Uhhh. Geil. Das ist eigentlich eine volle gute Idee. Bei uns im Kino kannst du Fotos von ihr machen. Das ist noch besser. Ja, Videos.